Ich bin der Sebastian vom Flecknerhof. Ich bin in der Gemeinde Oeltenschuss daheim. Der Hof ist auf 1000 Meter Seehöhe, wird biologisch bewirtschaftet. Wir haben unter anderem auch 40 Weidegänse. Das Glas veredelt. Ich selber bin Waldaufseher von Oeltenschuss und habe im Wald eine große Hütte mit Feuer, mit Wacholder. Wacholder, beruhig. Ich zeige die Leute, wie man sich den Wald aus dem Beruhig, wie man runterkommt, wie man die Natur genießen kann. Im Kaiser Winkel mit dem nachhaltigen Tourismus, mit vorwiegend Wanderungen und einfach zur Ruhe kommen über das riesige Almgebiet, was wir in Oeltenschuss haben. Das kann man heuerhand erleben und speziell auch an die Heuer Speck genießen, mit dem Kas dazu. Und da gehört ganz wichtig dieser Wacholder dazu. Wir haben das ganze Liederlöbel. Wir haben das ganze Liederlöbel. Wir haben das ganze Liederlöbel. Ich bin der Schlüssel für die Heuer. Vielen Dank.